Die sehe ich darin. Wir sind mit der Mannschaft dieses Jahr so erfolgreich wie möglich zu spielen, die jüngeren Spielerinnen zu integrieren und auch den Profis aus Amerika Ratschläge und Tipps zu geben, wie es hier in Deutschland eben läuft. Wir haben dieses Jahr viel diszipliniertere Spielerinnen, wir sind stärker, wir haben mehr körperliche Masse, wir verfügen über eine größere Kaderbreite als letztes Jahr und ich denke, wir sind auch athletischer geworden. Also bis jetzt schon, die Hälfte ist um der Zeit, die ich im Referendariat verbringen muss und es ist schon manchmal stressig, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich auch ganz froh um ein bisschen Abwechslung.